Ronny, deine Runde in 60 Sekunden? Ja, meine Runde in 60 Sekunden hatte ich ein solides Schwim. Ich versuchte, mit Seppi zu bleiben, weil wir zusammen schwimmen. Wir kamen aus T1, das war gut. Aber dann musste ich ihn lassen. Es war ein bisschen zu schnell. Ich versuchte, mein Ding zu machen. Ich war immer in Kontrolle. Ich kam aus der Bicke im Top 15, ich glaube, war solid. Ich fühlte gut nach dem Alli-Driven. Aber dann, als ich auf Polanyi kam, wurde ich sehr, sehr heiß. Mein Kopf war sehr heiß. Ich musste alle 8. Stationen stoppen. Meine Runde war wirklich nicht so, wie ich wollte. Es war einfach zu Ende. Aber natürlich bin ich nicht wirklich glücklich mit dem 19. Platz.